Stimmengewirr Stimmengewirr Schleif Stimmengewirr 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 Alles klar Master Chief, danke fürs Vorbeischauen und fürs Nachfragen Bis zum nächsten Mal mein Freund Das ist ne Lücke Ich schnach da Pess Ich mach erstmal weiter auf X bis die anderen bereit sind. Come, push, go! Come, push, go! Come, push, go! ist 100 steine ja wo sollen wir denn dieser troll detect das will heute unseren kiffer ganz schön testen der dudu steht echt scheiße nicht da alter andere richtung er ist jetzt eh schon vorbei mann 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 so noch ein kleiner da ich seh das nicht alter jetzt war der hier also urk nicht aufheben edc mit mann snaps nicht hoch wir haben eh gleich wieder noch ein weiteres geschehen wir müssen gleich ds austauschen so viele unter dem tank ich muss sowieso gleich leider weg weil ich habe gerade angefangen hat ich soll arbeiten ich habe einen freien tag natürlich zu recht nee ich arbeite gern für meinen konzern ok wir haben uns alle lieb in unserem betrieb nein wieso am besten bei sturmberg oder was der eh unser fliege meinen betrieb spiel sorry shannon kein ding wenn nicht ich sperre dich da mal ein naja ja das rauf hoch haha ich glaube ich hier raus ja ey jetzt reicht es aber auch vorsicht ich ziehe das ding durch du hast irgendwas gegen mich die ganze rede muss ausgetauscht werden alle unter dem tank oder nur dave das ist ja wenn man es andersrum sieht alle unter dem tank ja dann geh ich gehts natürlich keine hose nochmal ich würf mich schon mal ey kommt da irgendwann mal was für shamis oder Hunter jawohl gz für die wohnungsbeute dankeschön oh die schulter nett nett oh ja was hab ich denn da oh hab ich selber auf NH haben wir auch Stoffträger dabei ne oder check ich das jetzt irgendwie ok nice du müsstest für mich oh dann hast du nur noch 3 Jäger und nicht mehr 4 Jäger Moment mal ich will nur mal anmerken ne Schamis sind auch Ketteträger davon haben wir auch 4 gut ja eben es kommt gar nichts nur Schamis oder Hunter hier wurde doch irgendwo manipuliert aber äh gestern Abend bin ich vielleicht mit dabei ne also volles Hund ja klar hast du ja gesagt richtig genau welcher Hunter geht denn jetzt äh Snapsnips alle ok alle alle Schamis und zwei Hunter würde ich gerne nicht mehr hier sagen dann haben wir ja kein Raid mehr ich würde auch gerne gehen wie ist denn das bei dir Katsch äh Asker natürlich was bekommen würdest du jetzt bekommen aber starb du Schamis freund auf viel Glück und äh bis heute Abend dann in aller Putsche wie spielt er dann du ich hab auf jeden Fall nichts also der Schamis wie die Wunde freuen ich bin dagegen ich bin dagegen ich weiß nicht ich ich hab nicht gehört dass es irgendwie so ist äh keine Ahnung ja sonst nehm ich ihn als Hunter ich renne schon seit 4 ID's wie kack wegen nem kack Stab herum wer will jetzt will niemand den Stab doch zwei Leute also ihr könnt ihn auch mir geben ich meine ich den Alteren nicht mehr auf irgendwelche Items bei mir ist der Stab aber nicht war nur ein Scherz der Roll nicht ernst nehmen für ein Item jetzt hab ich einmal Glück im Würfel jetzt krieg ich nicht warum nicht keine Ahnung weil ich schon vorhin die Schuhe bekommen habe aber weil ich hab nichts gelesen dass wenn wir schon ein Item haben dass da irgendwie jemand Berechtigung vorher hat ich hab das auch noch nie in anderen Raids gesehen Achso gut das haben wir ja gesagt du bist dann danach gejoint also ne ein Item und dann ist ja klar dass wenn man da nicht im Sound verwirft ist ja das ja blöd ja hätte ich das gewusst dann hätte ich die Schuhe nicht gewürfelt weil ich die noch tauschen dann geb ich dem anderen Schaden ich bin auch fast immer dabei von daher dann mach mal so ich geb die Schuhe dem anderen Dudu und dann krieg ich den Stab war das akzeptabel weil ich kann die noch tauschen dann mach mal so wenn du das möchtest bitte nicht dann wirds gehen ja ja ich hab ja weiter Keksdose Grästi was für'n GS habe ich ich hab auch mal hier die Gäste ich hab vorhin schon was bekommen 666 habe ich mit dem Parlamour er schaut wie man wohl ziemlich viele Hände So wird es eher und beide schon was bekommen, also ist er wieder neutralisiert. Ja. Ach, da geht übrigens schon jemand auf den Trash. Echt? Er war so klein, hab ich ja gesehen. Ich bin noch nicht oben. Wir brauchen auch noch nen Heal, ne? Oder ne, wir sind jetzt weniger geworden. Wir können auch so weiterspielen. Bei Ocon brauchst du nicht viel Heal, wenn alle vernünftig laufen. Ja. Das ist genau wie bei Tektus. Alle Links. Der Denkfehler. Gift rechts. Trennen. Alle vernünftig laufen. Der Shami war echt geil. Ja, ist ja nichts passiert, aber trotzdem. Welcher Shami? Ach ne, der Pala, sorry. Pala, der ungefähr einmal außenrum... ...und dann uns eingekesselt hat. Askan, hast du ihm gegeben die Schuhe? Ähm, der soll mal kurz zu mir kommen. Der muss dann eh auch weg. Gut, dann gebe ich dich. Wo ist denn der Ipchen? Komm mal bitte zu mir. Hier. Ipchen, kommst du kurz mal Richtung Tektus? Was? Satronk. Servus Christi. Na, altes Haus hier. Wie geht's? Wie steht's hier? Kriegst du sie nun? Äh... Nö. Nicht wirklich? Nicht wirklich? Okay, hab er 635. Äh, das wird... Ist das doch nicht schlecht? Ist das für energy perfekt hier? So, ich hab ihm die Schuhe gegeben. Ja, hat er... Da muss man halt zuhören mit dir. Äh... Ich war schon da, nur war ich halt nicht in der Lage wegen Tabletten und Stream und Arbeit und sowas wirklich zu streamen hier. Also nein, wegen Tabletten und Arbeit. Ich muss mir jetzt für das ganze gewöhnen hier. Nach eineinhalb Jahren nicht arbeiten und dann wieder arbeiten und dann Tabletten nehmen ist immer nicht so toll, sag ich mal. Was ist denn die hier? Der König will die... Drei doch. Das wäre sel Maurer, deine reflectiviert worden. iki beating Jarle. Ich werde es herausgefunden. So mal da sind. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.